Wie kann ich dir helfen? Warum sitzt du in meinem Auto? Bist du blöd? Fahr mich mal zu Uncle Taxi, mich markier dir. Was für Uncle Taxi? Soll ich meine Maske ausziehen? Ähm... Ja, mach mal. Aber bitte mach dich nicht lustig über meine Haare. Ja, ne, alles wohl. Ich konnte noch nicht zum Friseur gehen. Ja, ist gut. Hast du schon Frühhaarausfall gehabt? Ne, ne, ich hab die einfach nur kurz rasiert. Vielleicht kennst du mich ja auch. Johnny Sins. Ah, du bist der Doktor. Du bist der Arzt von meiner Frau. Ja. Sag das doch gleich. Bist du in irgendeiner Fraktion oder so? Sehe ich so aus? Denkst du, jemand will mich mit meinen Haaren? Guck sie dir an. Digga, dann ändere sie. Dann fahr mich zum Friseur. Ich trau mich nicht alleine. Ja, dann yalla. Siehst du nicht diese ganzen Gangs und Fraktionen? Die wollen alle meinen Arsch haben. Oh, danke dir, Becky. Auf dich ist Verlass. Ja, yalla. Sechseinhalbstunden später. Oh, nö, Digga. Becky. Ja. Der verfickte Friseur hat mich verarscht. Digga. Der verfickte Friseur hat mich verarscht. Ich geh nie wieder zum Friseur. Nie wieder. Verficken. Ficken Friseure. Guck nicht mehr richtig. Was? Ey, warum schießt du denn hier? Entschuldigung. Entschuldigung. Digga. Deswegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey. Guck mal, guck mal. Das ist einfach meine UG. Einfach meine UG. Ey, du hast ein bisschen. Deine Zähne knittert ein bisschen laut. Mach da mal was. Geh zum Zahnarzt. Hallo, das ist meine AT Street. Lass ihn in Ruhe. Kann ich dein Auto abkaufen für eine Milliarde? Digga. Du bist der Geringverdiener, der die ganze Zeit Autos klaut. Sei leise. Du Travis Scott aus Wish bestellst. Becky. Ja? Schau jetzt genau hin. Ich schaue. Arme nachräumen. Bam, Alec. Ausgewischen. Wo hast du diese... Ah, meine Sikim. Ja, ich hab extra nichts gekauft. Was willst du? Junge, du hörst schon an wie It's Asi TV. Ich bin nicht... Wer ist It's Asi TV? Du... Scherefsis. 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 Lass mich mal runter jetzt. Ja, gelb. Sag mal... Star free. Star free. Lass mich mal jetzt runter. Ey, du. Was macht der Land? Okay, Bruder. Ich bin dann da. Alle Kasselam, Bruder. Allah. Fahr hier mal weg. Sie geht gleich. Alles in die Luft. Fahr weg. Chibit. Chibit. Der Idiot denkt einfach, ich bin jetzt Asi TV. Guck mal, der fährt uns hinterher. Der will unbedingt mitmachen. Der ist behindert, Digga. Ey, ey, ey. Wir nehmen dich jetzt als Kaisel, Bruder. Ey. Jungs. Weiter vorne. Ich lass mich. Allah. Aufsteigen. Steig aus. Hände hoch. Steig aus. Es muss getan werden. Ich nehme ihm die Bombe ab. Warte. It's Asi TV. Es geht nicht. Und der andere auch. Was? Hä? Was ist ins Asi TV? Hä? Ich muss schnell. Ich muss schnell ihn durchsuchen, bevor es platzt. Verfickte Scheiße. Verfickte Scheiße. Fahr weg. Scheiß drauf. Fahr weg. Schnell. Verfick dich. Oh. Oh. Sorry. Alles gut. Können Sie besprechen lassen? Das ist meine Freundin hier. Komm runter. Hast du denn gerade auf den Arsch geklatscht, Kollege? Arme Nachräumen. Was sollen das jetzt? Okay, komm. Der will mit uns Überfall machen. Medic? Ich wusste nicht, dass du so krass unterwegs bist. Medic. Der sagt extra hier, weil Leute... Ja, ich weiß. Medic. Jetzt kann man das jetzt nicht machen. Ich bin mir zum Eingemachten. Hahaha. 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 Was ist denn los? Okay, wo sind die Geisel? Nein, nein. Ich will nur Bank einzahlen. Ah. Stehen. Was ist denn passiert, Jungs? Ich reparier deinen Kopf. Ich reparier deinen Kopf. Warte. Ah, okay, okay, okay. Ah, hier. Hier. Was geht hier ab, alle? Ich komm hierher. Du bist bedingt deiner Bonita. Was ist mit mir? Naja, die Fresse, die ist keine Bonita. Oh mein Gott! Hailey! 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 Mein Engel! Geht's dir gut! Hailey, bist du... Wo bist du? In deiner Fraktion, oder? Ich bin das heute nicht mehr. Wo warst du, Mensch Frank? Mh... Kanon. Kanon? Kanon. Was ist... Warte. Wenn die Unicorn geht. Warte auf mich. Geh nicht rein. Du hast die... Warte. Sechseinhalb Stunden später. Ah! Verfickte Scheiße. Das ist ne Farge. Die haben mich blank gemacht. Lass hier weg. Mendejo. Mendejo. Amigo. Das waren verfickte Transen. Warte. Wir gehen noch mehr hin. Jetzt gehen wir beide rein. Komm. Hailey, warte auf uns. Ich klär das kurz. F***. Scheiße. Verfickte Scheiße. Die haben mich auch ausgezogen. Die Transen. F***. F***. Steig rein und ziehen die Transen. Die Transen dich auch aus. Ey, du bist doch dieser Ranjit von vorhin. Ah! Agent Ranjit. Ranjit, was geht? Was geht denn? Du bist Baljit. Was geht denn? Was geht Ranjit? Alles klar, weiter? Was pappen? Ah, was sind unsere HB-Amigos? Was? Kontrollieren sie meinen Arsch. Er wird den Arsch gefickt. Guck mal, kontrollieren sie... Nee, der Kopf wird gefickt. Kontrollieren sie meinen Arsch. Machen sie einen Arsch. Hailey! Hailey! Was soll die Scheiße, Mann? Ich dachte, du bist meine Frau. Wer bist dich? Jetzt hier. Ob Money. Was? Du bist dick hässlich, Mann. Ein paar Sekunden später. Das kommt doch schon, wenn du mich beleidigst. Das tut weh. Ich bin kein Medic. Du bist ja Bigfooter. Mein Arsch tut weh. Links seht ihr, wie Jibbit Arschschmerzen hat. Und rechts seht ihr, wie unsere Bikes geklaut werden. Ja, scheiße! Spuck mal raus, die Wollt... Ach! Puh! Puh! TMRU! C ещё... TMRU! TMRU! Untertitelung des ZDF, 2020